Willkommen zu Let's Play Dragon Ball Advanced Adventure Der Part, den wir jetzt spielen hier Ich will eigentlich noch wieder halbeschrunde Aufnahme Der Ton könnte vielleicht ein bisschen so leise sein in meinen Mikros, aber äh, ja Ich bin schon nix dafür Ich guck, du hast es nicht einfach Ja Ich hab's nicht gefunden Nein! Was ist das? Warte! Wer bist du? Gib mir dann meinen Dragon Ball Clean Sleep Also bist du Wer bist du jetzt Kuku? Clean? Weißt du, dieses kleine Schwächling Bl... Bl... Schwächling Ball Also... He, er ist tot Was? Wir haben doch gar nicht antwortet Was? Du hast Kling getötet Dafür bringe ich mich zu Okay He, das dürfte spaßig werden Ich werde dich Clean Schicksal zeigen lassen Nicht wenn wir dich mit deinem... Oh Gott Boah If... Jetzt... Vielleicht... Va... Und... Dann... Que... In ich würde auch voll schnell leben, merke ich gerade. Komm, boah, so gut, ey. Ha. Unmöglich, wie kann ein Dämon wie ich von einem Mensch erleben? Meeren, Meeren, Meeren. Ja, Entfernung, du kommst mit mir. What? Boah, schlimm. Ja, explodiert, na klar, mach ich auch immer, wenn ich irgendwie Karo bin. Bumm, alles weg. Wow, er hat mir wirklich erwischt. Ich frag mich, wieviel es hat, seit er, seit er vergangen ist. Wie? Hey, du da, wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich? Ich bin Goku, wer bist du? Koko, welches seltsame Name? Ich bin Jerobe, wenn man ihn so ausspricht. Hm, warum so aufgeregt, Koko? Was hast du denn da am Hals hängen? Das ist ein Dragonboy, der einstehende Dragonboy. Ich hab ihn vor drei Jahren gefunden. Hast du ein Problem damit? So macht Koko Shirobis bekannt schon. Hat er in Nullkommanix ein Dragonball gefunden. Aber dann landet König Piccolo neben Koko's Füßen. Stimmt, da gibt's ihn gibt's auch noch. Hm, ich König, ich König Piccolo bin den ganzen Weg hierher gekommen. Für was? Um eine kleine Larve, 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 wie dich zu töten. König Piccolo? Ah, 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 ah. So, sieht ganz so aus, als hätten wir hier auch zwei Dragonballs. Ne? Ja, richtig, Piccolo, König Piccolo, ne? Hey, Goku, du kannst diesen Ball hier haben, weil da ist ein Dragonball immer noch. Hey, bist du der Chef von diesem Typ, der Klee und getötet, getötet, getötet? Okay, unlogisch. Und meinen Dragonball gestohlen hat? Hier schlag ich K.O. Warum K.O? Warum nicht gleich umbringen? Koko ist gleich weg von Funza. Boah, wie du mich ermutest. Ich weiß, dass der hier mega stark ist. Und den wir nicht gegen ihn verliehen können, weil wir ja... Mal abziehen. Was hab ich letzte Aufnahme nicht mal geschafft. Irgendwann hab ich überhaupt was für Tina. Oh Gott! Mal hab ich ja kurz wieder hochspringen. Da sind wir auch schon, K.O. Na, lach nach nur auf. Du, feist Gesicht. Hey, Goku, zeigt ihm, ey. Hey. Oh, Keuch, Keuch. Mist, dem konnte ich nicht gerade das Wasser reichen. Nicht mal heißt das. Du bist ganz schön sehr, was? Sag mal, auch wenn ich nicht gerne frage, konntest du mich zum Quintentor bringen? Ich kann... Scheiße. Kein Problem. Ich bring dich gerne hin. Dafür besorgst du mir... Oh Gott. Warst du essen? Okay. Geht's ja noch. Du begabst Koko und Jairobi zum Quintentor. König Pipolo hatte inzwischen Muttenrosche umgebracht. Und der sich tapfer gewehrt hatte. Er hatte die anderen Dragonballs genommen und hatte sich wieder Jungen gewünscht. What? Und dann hatte er ausgerechnet Jelon getötet. Liegt das überhaupt? Haha, ich hab's geschafft. Die Macht kommt nicht. Wie sieht das aus, ich sehe. Schau euch diese Körper an. Ich bin wieder Jungen... Jungen... Jugend. So. Es ist an der Zeit, dass der König die Welt regiert. Koko und Jairobi kletterten... Kletterten auf den Quintentoren. Als Karin sie begrüßte, wusste er bereits die Überkündigung Bescheid. Um die in Koko schlummernden Kraft zu wecken, empfahl er ihm... 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 Oh Gott. Ihm das göttliche Wasser... Okay. Äh... Äh... Einmal... Aber wenn du das Gift erst einmal bekämpft hast, wird seine Kraft... Hm... Offenbar... Allerdings hat bisher niemand den Genuss des göttlichen Wassers überlebt. Oh Gott. Ich will da davon trinken. Warum? Nein. Bist du etwas verrückt? Du willst sterben? Ich will nicht sterben. Ich will alle rechnen. Ich verstehe. Dann folgt mich. Okay. Wo befindet sich dieses göttliche Wasser deine? Befindet sich tief in dieser Höhle im Inneren des Gefäßes. Also begibt sie dich im Inneren des Gefäßes und sucht das göttliche Wasser. So. Okay, los geht's. Let's go. Piu... Okay. Und dass du bloß nicht stehst. Ich hab ja aufgehört das letzte Part, aber ich mach glaube ich weiter noch. Ja. Okay, er sieht ja eher aus in der Höhle, finde ich. Wenn ich gerade... Oh, ne, hier geht einer. Das will ich mal nebenbei erwähnen. Oh Gott. Das sind ja wie und wie die Schweine-Männer hier. Das ist ja schwer. Bei Geste-Karten. Alter, will ich die schon mal machen. Tschüss, du bist auch kein Gegner. Du auch nicht. Das sind alle nur Schweine-Gegner. Keine Gegner, sondern Schweine-Gegner. Das ist ein großer Unterschied. Okay, stopp. Bitte, bitte. Vielleicht kommen die Runde auch noch her, diese Runde. Die Schweine haben mir besser gefallen. Weil die weniger Damage machen in diesem Teil. Boah, wie viel Wege gibt's hier eigentlich? Oh Gott. Boah, was tut der denn hier? Boah, noch umfocken umsonst. So ey. Wir weg. Au. Ich hab' mir alle wehgetan. Innerlich, sondern äußerlich. Schieß, Burger-Wa, Burger-Wa. Irgendwie so. Ne Art. Oh ne ey. Ja so einfach. Nicht runterfallen. Na toll. War ja irgendwie klar, ne? Die da runterfallen. Wie wegt den Arsch? Alter, verpiss. Du auch. Du mein Ding. Egal. Das sind alle Scheiße. Ja. Du bist das mal. Ich glaub wir sind auf dem richtigen Wege. Ich glaub wir sind auf dem richtigen Wege. Nein. Ja. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Die Roten ist nicht, oder? Und die Silberland. Oh die auch Eisen. Also die Bronzen dann so. Die explodieren. Kannst du her oder nicht? Egal. Dann gab's ja auch mehrere Wege. Stimmt man soll's ja suchen. Ja. Ne. Aber so. Ein Weg hin und her dann. Tofällig. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Es sind ja nur Scheine. Pig-mess. War der der Gegner für mich? Bam. Bohm nach rechts. Und wieder aber nach links. Oh Gott. Geh weg. Doch ist er 100%ig Okay, nach rechts Wie hab ich nur alle daneben schlagen Schlagen, scheiß und schlagen So okay, okay, alle aber mein munkel ist angerissen also ähm ja ja der winkel wo man den mund überfnimmt da ist nichts drin keine ahnung wie aber egal äh wo lang kein bock auf zu verein level versuch level gar nicht nur wo ich darauf landen kann ja ich bin eh nicht so die oberen auch wenn ich den ausschaut aufprobiert habe ja das weiß ich noch ganz genau Tschüss, du nervst ihn nur Und da Stimmt Ja, ich bin doch so Yeah Ich hafte wieder drauf Oh Gott Schönen, man kann ja diese Maschinen machen Weil ich ja schon auf das war, hab ich ja immer Egal Ich bin ja wieder geirrt Oh Gott Schönen, dass ich hier eine Passage Obwohl nichts mehr weiterkamen Nämlich nicht nach Hause Egal, weiter Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh weiter Geh weiter, einfach Wir haben es drauf geschafft, Leute, also Zumindest Auch wenn es zu komisch war Okay Okay, ich hab's gelangt schon und hab's gefehlt, glaube ich Look Geil Tischen an Äh, ich meinte Yamcha, ich meinte Yamchu Alter, das war zu der Raketen schicken Ist das irgendwie so eine Art Geister Oh Gott Irgendwie glaube ich, dass Irgendwie glaube ich, dass Das wir jetzt gepumpen haben, aber Frag mich, was ist das gerade Ich schätze gerade, dass ich selber nicht Er verliebt relativ schnell Leben Das finde ich ja toll Oh Gott, geh weg Komm her Komm her Immer noch Oh Gott, geh weg Und ihr auch Das Wetter Oh Gott, geh weg, sagst du Oh Gott, geh weg Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Ja, ich weiß nicht Äh, auf welchen Gang kam ich Ich hab's vergessen Oh, ich dachte, ich bin zufrieden Auf mir Näh Ne Pillow Was ist das? Geil Ich könnte das nicht Das haben wir ja auch Ja, es ist die Leino Es ist die Leino Sie sagte es die Leino Und dann nehmt die Leino Ich weiß nicht Oh Gott, dann ebenso. Wir wollen es ja nicht anders. Spinnchen, Bräuchchen, Puckzchen, was ich auch immer sage. Ich weiß immer. In den Ender-SPs werde ich eh nicht eröffnen. Zwei Wege. Okay, welche soll ich nehmen? Warte kurz. Okay, welche soll ich nehmen? Den wir doch. Mein Drieger. Ich habe ihn doch nicht mehr genommen. Okay, schüss. 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 Dann durch. Wir wissen ja, dass wir den Linken nehmen können jetzt. Okay, rechts. Kommt noch mehr so weg hier. Krieg ich ihn! Warum machst du dich? Ich dachte, du wärst tot. Geh weg. Was war ich von mir? Boah, ich habe ihn nicht abgedruckt, ey. Könnte abgesehen. Ich habe es schon nie gemacht. Boah, ey. Wie viel du am abgesehen, ey. Wie viel du am abgesehen, wie viel das abzieht. Ich habe heute mal einen Tag der Versprecher. Weil ich wollte hier heute noch ein neues Spiel heute noch aufnehmen. Deswegen geht es ja auch gerade hier, dass sie auch vielleicht durch haben will. Nee, den Druck muss ich auch noch aufnehmen. Für eine schwere Zeit. Ich bin überrascht, dass du noch lebst. Ich bin überrascht, dass du bist wahrlich etwas Besonderes. Ich fühle meinen Kopfschmerzen. Ich fühle, ich fühle, dass ich ihn verändern finde. Okay, nun werde ich als König Piccolo heißer. Denn ich lege meine Hand für dich ins Feuer. Tschüss, doch schallvolle. Weißt du was? Kuckuck, könntest du durchaus gewinnen. Ach nee, ich spiele ihn ja auch. Na? Schau, Schloss. Okay, dann zumal her. Oh mein Gott. Schwächlinge. Hehehe, stirb. Halt, stopp. Jetzt kämpfe ich. Du. Musik ist halt geil. Kuckuck. Das kann nicht sein. Du, was ist also, Sancho-Tran. Du hast Klinge getötet, nein. Aber ich weiß mich sicher, dich getötet zu haben. Wer ist das denn auch noch? Deinere. Verschwinde von mir, Kuckuck. Verschwinde, Augenblicklich. Oh nein, du wirst nicht. Verschwinden. Nachdem du mich derart geschlagen hast, entkommst du mir nicht. Nun bestimmt nicht. Einen Verrücken wie dich können wir nicht am Leben lassen. Tommel, töte ihn sofort. Der schon der Wurkrass, ähm, zu Trommel, würde ich sagen. Hehehe, stirb. So. Okay, stirb, Trommel. Ich bin immer noch der Meinung, dass Trommelwirbel nicht besser passen würde. Was? Okay, du bist. Ich muss mich nicht. Ha! Schau mal wahr. Oh Gott! Ich kann lernen. Alter, lass das. Ich bin, das weiß ich nicht. Ich bin noch ein Kind. Schau mal. So und guck. So und guck. So und guck. Gott, komm, mach ihn wieder durch. Mein Wirbel macht ihn ganz... ...wiederlich. So. Voller Kanner rein, ey. Die Kanner hatte nur das Besondere, dass ich ihn nicht treffe. In dieser scheiß Situation. Tschüss. So. Jetzt kann ich mir halt voll in die Frise und fertig. Oh, weiter. Das sind die Viecher. Ich frag das gar nicht besser. Du bist ein Dämoner, weißt du. Ich höre schon, hier macht man alle Platz. Ich bin so gut geboren. Das heilige Wasser. Okay, schütt. Oh, schütt. Oh, schütt. Schütt. Da ist der Kana. Schütt. 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 Und immer noch schütt. Los. Okay, ich gehe schon. Ich muss mich nicht dreimal sagen. Ok, mal auf 5. Oh, was? Ich bin wohl egal. Apple nimmt mir Apple. Oh Gott. Oh, ich schalte Disney. Ich habe gar nicht gesehen. Egal. Mach einfach weg. Oh Gott. Ja komm block nicht einfach und lass dich verrecken. Lass dich verrecken. Lass dich verrecken. Die sagten Wattdorf. Oh Gott, aber das war so. Okay. Oh Gott. Dirk. Die Hofer hält mir halt mal. Da, geh weg. Ich will kiss das wohnen. Dann geh weg. Gut. Ich würde jetzt so nicht nur. Er kurne nicht nur. Aber ich weiß nicht, dass jetzt noch nicht ein Knaue kommen sollte. Aber ich weiß nicht, dass du stein verstopfst. Ich glaube nicht, dass es dir mehr als ein Knaue ist. Aber ich hoffe, dass du nicht mehr da anbelangst. Weil du dich, dass du da einfach nicht mitfiehlst. Und ich bin nicht mitgef竡. Ich bin nicht mit mir vor allem, dass ich ihn nicht mitgefahren bin. Ich bin aber nicht mitgefahren, dass ich es in touristische Verletzung. Also wenn du jetzt nicht mit- Ich bin der Rückkehr aus. Und ich bin nur ein Knaue nicht mehr am besten Da war ich ungefähr. Ich bin es nicht mit dabei. Und er geht auch weg, wenn du mich angreifst. Er will nur gegen die, die mich angreifen. Gegen jene. Tschüss. BAM! Folgen Kick in die... ...Kanne. Der Fort wollte mir nicht einfallen. Ich habe keinen Bock auf euch, ihr grünen Menschen, ihr Mars-Menschen. So, okay. Ich bin eh ohne. Guck, war sehr geallt. War sehr geallt geschossen. Geh runter, ich will da rein. Geil, ist das? Okay. Katze. Schwert. Na, wäre ja nett gewesen. Und BAM! Doch, ne, ich steh. Ich steh' ihm hier auch mit, wenn du manchmal stehst, ne? Hauptsache, ich kriege den Satin-Pro-Fact manchmal. Dann kriegst du böse Enten. Biste. Tschüss. Tschüss. Alter, ich sag' Tschüss. Ich hoffe, wie viel sind das? Ja, du musst natürlich überleben, ey. Und du. Wir wollen mich echt grad reißen, ey. Boah, stirbt doch. Doch. Hallo? Womit du grad zu sehr? Egal, was geht da noch? Boah, wie viel wollen wir eigentlich gleich platt platt machen? Boah, Alter, der ganze Nerf auch vorne, ey. Das Glecker auch, na klar. Den sind gleich wieder da. So, die Zeit ist eh schon, glaub ich, überstritten, ne? Ich mach' hier erstmal Pause für den Part, also... Tschau.